Das Satellitenbild zeigt dieser Tage deutliche Wetterkontraste. Dichte Wolken liegen über Mitteleuropa, weiter südlich im Mittelmeerraum gibt es dagegen eine große wolkenfreie Zone. Bei so viel Sonne werden an den spanischen Küsten derzeit schon Werte um 20 Grad erreicht. Ein Flug von Süden zurück über das wolkenfragende Mitteleuropa zeigt auch im Norden, etwa von Schweden bis hin in den Nordosten Deutschlands, eine größere wolkenfreie Zone. Ursache dafür ist der sogenannte Norwegenfön. Ein Heranzoomen über Skandinavien zeigt, wie sich die Wolken aus Norden vor dem norwegischen Gebirgsmassiv stauen. Die Luftmassen steigen dort auf, kühlen ab und geben Feuchtigkeit ab. Nach dem Überqueren des Gebirgsmassives ist die Luft wesentlich trockener und somit wolkenfreier als zuvor. Dies äußert sich auch in der relativen Feuchtigkeit. Nördlich des Gebirges sind es noch über 80 Prozent, südlich nur noch 50 Prozent.